hallo und herzlich willkommen zum letzten teil unserer roboter tutorial reihe ich gehe nicht darauf ein wie euren charakter in unity dann animieren könnt und so weiter also in die tiefe denn das erfordert coding und ist absolut nicht der bereich eines 3d developers oder eines 3d artists deswegen gehen wir da vielleicht in unserer c-sharp reihe darauf ein aber wer den in unity importiert der hat zumindest jemand an der hand der darf noch ahnung hat uns geht es darum dass unser modell zumindest von uns in unity getestet werden kann dass wir sehen ob unsere animationen passen und unsere materialien in ordnung sind dafür importieren wir unser fbx dass wir aus dem letzten tutorial exportiert haben einfach hier in unsere assets rein das ist hier in diesem asset bereich direkt im root haben wir nun unseren roboter reingezogen und wenn wir den in die welt ziehen steht er hier wir können rechts oben mit reset unsere transformation wieder zurücksetzen das bedeutet er ist jetzt genau auf null im gitternetz und wenn wir mit f fokussieren dann wird er direkt in der mitte angezeigt er ist schwarz weiß weil er aktuell noch kein material besitzt wenn wir also unserem charakter ein material geben möchten müssen wir als erstes eins erstellen wir gehen hier in die materials und ziehen dort unsere texturen rein unsere texturen sind einmal unsere base color unsere bump map oder auch height map im grunde haben wir ein height map gebaut und unsere roughness die ziehen wir hinein also haben wir unsere drei hier und können die eigentlich ausstatten da wir aber eine textur nicht einfach drauf ziehen können müssen wir erst ein material erstellen mit rechtsklick create und dann material unser material nennen wir roboter und gucken uns an was er von uns erwartet wir sind aktuell in der universal render pipeline und zwar in der standard das bedeutet das ist die standard render pipeline von unity es gibt auch eine high definition render pipeline aktuell arbeiten wir hier mit der urp die sehr viel einfacher ist trotzdem haben wir hier ein problem denn hier haben wir eine base map das heißt die können wir natürlich rein ziehen das ist in ordnung und unser material schon mal auf den charakter ziehen mit drag and drop das sieht eigentlich schon ganz gut aus mit der alt taste gedrückt und der linken maustaste können wir uns um unseren charakter drehen was wir jetzt noch brauchen ist natürlich ein glanz denn der ist aktuell überall gleich wir haben aber beim erstellen der textur festgelegt dass dieser gräuliche bereich vom visier ist stumpf und dahinter das schwarze soll stark glänzen aktuell ist hier kein unterschied also könnten wir bei der roughness jetzt weitermachen unsere roughness map ist im blender bereits vorbereitet aber die urp funktioniert anders sie erwartet keine roughness maps sondern eine metallic map mit einem smoothness wert und smoothness ist genau das gegenteil von roughness und somit lässt sich diese map invertieren jetzt könnten wir sagen gut wir nehmen unsere roughness map und öffnen sie einfach in paint und invertieren sie und genau das machen wir jetzt auch das heißt wir gehen hier auf unsere roughness map rechtsklick und können sie bearbeiten dann markieren wir alles dort drinnen und sagen alles markieren rechtsklick farbe umkehren datei speichern unter und dort unter tutorial können wir jetzt unsere neue smoothness speichern also smoothness speichern transparenz geht verloren dabei ist egal jetzt haben wir eine smoothness das problem ist wir wollen hier unsere smoothness reinziehen aber es ist nur ein wert und eigentlich will er eine metallic map spätestens jetzt fragt ihr euch wie wir das lösen können und dafür müssten wir erstmal verstehen wie dieser shader funktioniert dazu gehen wir mal ein stück weiter in die theorie ich habe euch mal was vorbereitet das hier ist der aufbau eines metallic smoothness shaders und was er erwartet in der universal render pipeline nämlich vier verschiedene png dateien oder bild dateien und als erstes die albedo das ist unsere grundfarbe und das sind die kanäle eines bildes und bei einem png haben wir ein alpha kanal das ist der unterste mit a und ansonsten haben wir rot grün und blau warum hier nicht gelb ist obwohl wir natürlich grün aus blau und gelb zusammen machen liegt daran dass wir nicht wie bei dem malen mit einer aquarellfarbe auf einer leinwand eine substrative methode zum farbmischen verwenden sondern eine additive und die additive funktioniert anders in dem falle starten wir mit schwarz und ziehen dann gewisse werte ab um am ende dann einen gesamtwert zu bekommen und in dem falle müssten wir rot und grün mischen um gelb zu bekommen wer sich mit dieser farblehre näher befassen möchte sollte auf jeden fall auf den rgb eintrag von wikipedia schauen wir wissen aber dass wir drei kanäle plus einen alpha kanal haben opacity ist einfach unsere transparenz und die base color ist unsere grundfarbe bei albedo ist das noch nicht besonders kompliziert bei unserer metallic smoothness und das ist genau das was von uns erwartet wird hier wir rechts oben schauen ist dass hier die metallic map und genau diese bild datei müssen wir ihm liefern und da hat der rote farbkanal auf dem farbkanal ist ein komplettes bild abgebildet im grunde nur dass wir einen wert haben von 0 bis 1 eben wie stark das ganze ist und dort wird sozusagen pro pixel dann der metallic wert angegeben und metallic haben wir nicht berücksichtigt bei unserem roboter bisher er hat einen gleichen metallic wert und beim grünen farbkanal wäre es die ambient occlusion die haben wir ebenfalls nicht drinnen und blauer wert ist leer der macht also gar nichts und in unserem alpha wert haben wir die smoothness und die smoothness haben wir gerade erstellt die normal map ist übrigens ein reiner rgb wert hier nicht ganz korrekt hier hätten wir noch eine opacity manche shader können die verwenden und in unserer height map bedienen wir uns lediglich dem grünen farbkanal wenn die anderen kanäle natürlich gefüllt sind werden die einfach ignoriert jetzt ist das thema folgende wir müssen unseren smoothness in den alpha kanal von unserer png reinpacken und rgb können wir im grunde blank lassen denn da haben wir keine informationen vorbereitet es gibt verschiedene wege entweder ihr seid in photoshop fit oder in gimp dann könnt ihr eure bisherige roughness eben invertiert als smoothness in den alpha kanal packen oder ihr seid faul so wie ich und dann stelle ich euch einen link in die video beschreibung bei dem ihr euch ein programm runterladen könnt und dieses programm schauen wir uns jetzt mal näher an das ist der channel packing ist unter einer mit lizenz das bedeutet es ist überhaupt kein problem den zu verändern runterzuladen zu bewerben ohne dass irgendjemand da einen anstoß nimmt deswegen markiere ich das auch nicht als werbung channel packing öffnen und da gibt es einen kleinen bug würde ich mal sagen obwohl ihr empty is black aktiv habt müsst ihr hier eine eine bild datei rein machen die komplett schwarz ist wenn ihr keine echte bild datei habt die wirklich verwendet wird und aktuell haben wir ja weder einen metallic wert noch ein ambient occlusion vorbereitet sondern wir wollen lediglich unsere smoothness in den alpha kanal packen und deswegen laden wir hier jetzt eine komplett schwarze datei rein hier black öffnen wir da habe ich einfach die komplette bild datei in paint schwarz gemacht die wir die die gleichen größenverhältnisse hat wie unsere smoothness indem ich einfach smoothness in paint mit bearbeitet habe alles markieren löschen und den kompletten hintergrund schwarz gemacht und nochmal gespeichert als black.png wir haben die drei ersetzt und den alpha kanal laden wir jetzt unsere smoothness rein so und dann können wir auch save drücken und erwartet von uns dass wir jetzt einen neuen namen vergeben und dass wir eine metallic smoothness map und als png speichern das hat sich jetzt erledigt die haben wir hier und die ziehen wir jetzt in unser unity in die materials rein denn die möchten wir anstatt unserer roughness jetzt verwenden gehen auf unser material und dann können wir diese map rein ziehen in den metallic map wenn wir jetzt auch noch die smoothness ein bisschen erhöhen haben wir genau den effekt den wir auch in blender vorher hatten nämlich dass dieser schwarze bereich stark glänzt und vorne am visier wird es stumpf und genau so wollten wir das ganze das einzige was jetzt noch fehlt ist unsere höhen information hier wieder auf den roboter was auf das roboter material klicken und die bump in die height rein ziehen und jetzt haben wir auch unseren höhen unterschied somit ist unser charakter zumindest von der farbgebung her korrekt implementiert jetzt gucken wir uns noch an was wir an der fbx verändern können damit wir auch unsere drei animationen haben obwohl wir nur zwei action clips gebaut haben dazu gehen wir als erstes noch mal in unsere fbx rein die haben wir in die assets reingeschoben hier und dort haben wir unsere verschiedenen animationen hier haben wir wenn wir auf animationen klicken den idle und den walk wir haben aber in der idle animation wenn wir hier auf play drücken dann spielt er die ab ganz am ende etwas versteckt und das ist unsere jump pose und diese jump pose wird ja später durch einen animation node wird ein übergang von einer normalen laufbewegung in den jump sozusagen simuliert oder dieser übergang wird eben generiert von unity und deswegen brauchen wir keine richtige jump animation allerdings muss diese animation getrennt sein das heißt er muss wissen wo dieser jump stattfindet und unsere idle sollte nicht unterbrochen werden von dem jump sondern schön loopen dazu müssen wir natürlich erstmal unsere idle anpassen um die anzupassen können wir hier unsere länge eingeben unsere länge wenn wir hier entlang einfach mal schauen wo die endet hat ein gewisses limit das heißt wir können das ende auf das haben wir vorher im blender festgelegt auf 120 festlegen und einfach mal abspielen und hier loop time und loop pose setzen damit er sich wiederholt wir schauen ob unser übergang glatt ist das sieht gut aus was ich noch empfehlen würde ist dass ihr die kompression deaktiviert und zwar bei der keyframe reduction macht ihr off dann habt ihr keine kompression drin und ihr habt weniger probleme später in eure engine danach sagt ihr apply und eure idle animation ist 120 frames lang unsere board war soweit in ordnung hier setzen wir auch die kompression aus hier die ist bereits deaktiviert und hier haben wir noch die loop time die ziehen wir rein und dann schauen wie es aussieht und es sieht sehr flüssig aus haben wir keine probleme können wir so lassen jetzt möchten wir noch eine jump pose dazu gehen wir hier auf das plus nachdem wir erst auf idle waren gehen wir auf plus und haben die kopiert die können wir jetzt umbenennen von armature idle zu armature jump unsere jump animation hat einen range dazu müssen wir erstmal auf apply gehen und hier bei unserem jump haben wir unsere zahlen hier nochmal abändern und zwar von der 125 auf die 130 und wenn wir das ganze loopen sehen wir dass sie keine bewegung haben und genau das möchten wir Manchmal hat Unity Probleme, wenn diese Jump-Post zu kurz ist. Ein-Frame-Animationen funktionieren manchmal nicht, deswegen empfehle ich, dass wir hier auf mindestens 5 Frames gehen. Darum haben wir auch den Bereich in Blender länger gemacht. Hier würde ich die Loop-Time nicht anmachen, denn das ist ein einmaliger Prozess, der dann wieder übergeht und von daher Apply. Jetzt haben wir unsere drei Animationen. Der geht von 125 auf 130, hier von 0 auf 24 und von 0 auf 120. Soweit sind wir auch schon fertig. Das ist jetzt ein Modell, mit dem jeder Level-Designer und Entwickler, der mit Unity ein bisschen mehr gemacht hat, in der Lage ist weiterzuarbeiten. Er kann ihm ein Lauf-Skript bauen und somit sind wir fertig mit unserem Roboter. Damit wir jetzt weitermachen können, empfehle ich euch, genau das durchzumachen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auf Probleme stoßt, egal welche Art, kommt auf jeden Fall auf den Discord bei uns. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und stellt eure Fragen. Aktuell sind wir 400 Leute dort. Falls ihr dieses Video in naher Zukunft schaut, kann es durchaus sein, dass es schon mehr geworden sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und viel Spaß mit dem nächsten Teil der Blender Tutorial-Reihe.